Hallo, hier ist Katrin von Stempelzone. In diesem Video möchte ich dir erklären, welche Vorteile du hast, wenn du in das Team Stempelzone einsteigst und selber Stamping-Up-Demonstratorin wirst. Als allererstes ist es mir total wichtig zu sagen, dass ich dir überhaupt keinen Druck mache. Bei Stamping-Up gibt es keinen Verkaufsdruck. Stamping-Up akzeptiert jede Demonstratorin, so wie auch ich, ob du das zum Eigenbedarf machst, ob du dir ein Geschäft damit aufbauen möchtest, das ist völlig egal. Es wird dir zu keiner Zeit jemand sagen, du pass auf, du müsstest deinen Mindestumsatz noch erreichen, um aktiv als Demonstratorin zu bleiben oder irgendwelche anderen nervigen Nachrichten. Also davon nehme ich Abstand. Ihr macht das einfach so, wie ihr das gerne möchtet. Wenn du bei mir ins Team einsteigst, möchte ich dir sagen, warum solltest du vielleicht zu mir ins Team kommen. Wichtig bei deiner Entscheidung ist aber immer, dass du diejenige Ableihen, so nenne ich mich dann ja, wenn du zu mir ins Team kommst, sympathisch findest. Dass ihr irgendwie einen Draht zueinander habt, dass du dich mit jeder Frage an sie wenden würdest, in dem Fall dann an mich und ihr einfach vertrauen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig und sollte das bei dir der Fall sein, dass du sagst, nee, irgendwie mit der Katrin würde ich nicht zurechtkommen, dann gibt es ganz, ganz viele andere Demonstratoren, die du dir da raussuchen kannst. Aber natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es bei uns passen würde. Ich selber bin noch in einem anderen Network Marketing unterwegs und zwar mit Kosmetik. Deswegen habe ich da ganz, ganz viele Erfahrungen und kann dir so einige Verkaufstipps gerne weitergeben. Ich habe mehrere Facebook Seiten, die ich geschäftlich führe, hauptsächlich natürlich jetzt die von Stamping Up und habe auch da schon Erfahrungen sammeln können und helfe dir auch in dem Feld gerne weiter, wenn du das darüber machen möchtest. Du hast die freie Wahl. Du kannst dein Geschäft über Facebook aufbauen, über Instagram, über YouTube. Du kannst aber auch Eigenbedarfs-Demo bei mir sein und dann brauchst du gar nichts von alledem. Aber ich kann dir sagen, wenn du es geschäftlich machen möchtest, wenn du dir ein Geschäft mit Stamping Up mit mir zusammen aufbauen möchtest, dann kann ich dir ganz viele Tipps zu Instagram, zu Facebook Seiten und auch zu YouTube geben. Mir ist wichtig, dass wir ein harmonisches Team sind. Ich habe für mein Team eine Facebook Gruppe gegründet. Da sind wirklich nur nette Mädels drin und da wird nicht rumgezickt. Wir unterstützen uns gegenseitig und sind wirklich sehr, sehr hilfsbereit. Und wenn du sagst, okay, da passe ich eigentlich ganz gut rein, dann bist du auch herzlich willkommen. Ich habe natürlich verschiedene Teamaktionen in Planung. Ich habe ja jetzt im Januar mit meinem Team gestartet. Das befindet sich alles noch im Aufbau. Aber ich denke, nach dem ersten Quartal, spätestens im April, starten wir mit ersten Teamaktionen. Wenn du zu mir ins Team kommst und das sollte nicht der Hauptgrund sein, aber natürlich bekommst du auch von mir ein kleines Geschenk zum Start dazu. Du findest in der Facebook Gruppe ganz viele Informationen zu deinem Start wie ein FAQ Buch, was ich da veröffentlicht habe. Also ein Frage- und Antworten Buch für die ersten Schritte bei Stamping Up. Und ja, ich bin immer jederzeit für Fragen offen. Ich werde auch eine Facebook Messenger Gruppe oder WhatsApp Gruppe, je nachdem, wie ihr das gerne hättet, noch ins Leben rufen, damit wir uns auch jederzeit gegenseitig unterstützen können. Ja, was mir auch noch ganz wichtig ist, wir im Team haben uns gesagt, okay, wenn der ein oder andere es wirklich nicht schaffen sollte, seinen Mindestumsatz zu erreichen, dann würden wir da unterstützend tätig sein. Mehr Infos dann dazu in meiner Teamgruppe und du hast natürlich jederzeit in meiner Facebook Gruppe im Team die Möglichkeit zu sagen, ich brauche irgendwie keine ganzen Pakete, lasst uns das alle zusammen teilen. Ein Designer Papierpaket vielleicht und sowas machen wir dort auch. Wichtig noch zu sagen ist mir, ich komme aus Bochum, aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrpott. Woher du aber kommst, das ist eigentlich egal, denn im heutigen Zeitalter von Social Media, Telefon, Handy, können wir uns jederzeit auch so unterhalten. Wenn du den persönlichen Kontakt sehr, sehr gerne magst, darfst du mich auch anrufen. Und natürlich, sobald ich mein Team aufgebaut habe und wir Lust dazu haben, werden wir auch versuchen, ein Teamtreffen, ein regelmäßiges Teamtreffen zu veranstalten. Und da freue ich mich einfach, wenn du jetzt sagst, okay, das hört sich jetzt alles sehr, sehr interessant an. Ich möchte gerne einsteigen. Schreib mir doch einfach eine E-Mail. Alle Kontaktdaten findest du wie immer hier unten in der Infobox unter diesem Video. Da habe ich dir alles reingeschrieben und ich freue mich auf deine Nachricht und wenn du zu mir ins Team kommst. Bis dann. Tschüss.